Wenn ich an Eis denke, dann kommt mir sofort dieses Bild auf, das Eis einfach so glücklich macht und man mit Eis einfach Menschen so eine Freude machen kann. Also ich habe als Kind schon wahnsinnig leidenschaftlich gerne Eis gegessen und dann kam eine lange Reise durch Kalifornien, wo ich noch mal alle Eisdielen besucht habe und gemerkt habe, mit wie viel Leidenschaft hier und da Eis gemacht wird. Es gab für mich so einen Blitzmoment, wo ich stehen geblieben bin und dachte, ich will mein eigenes Eis machen. Als ich nach Hause kam von dieser Reise, habe ich mit Markus gesprochen und habe ihm von meiner Idee erzählt, Eis zu machen. Ich war sofort Feuer und Flamme und habe gesagt, ja, lass uns das machen und das war für uns keine große Frage. Also wenn, dann machen wir es mit möglichst hoher Qualität und das heißt für uns, ich weiß, wo die Sachen herkommen, die drin sind und ich weiß auch, was drin ist. Und es sind nur Sachen im Endprodukt, die in ein Eis gehören. Dann haben wir angefangen, an diesem Konzept zu arbeiten. Dann irgendwann dachte ich, oh, ich muss jetzt ja auch noch lernen, dass ich Eis machen kann. Und dann habe ich an der Universitat del Gelato mich eben eingeschrieben und habe dann da einen Kurs gemacht zur Eisherstellung. Nachdem wir ein paar Jahre unsere beiden Eisdielen betrieben haben und immer erfolgreicher wurden, kamen wir uns dann vor allem mit dem Eismix der logische Schritt, einen eigenen Onlineshop aufzusetzen. Inzwischen verkaufen wir alle unsere Produkte, auch die tiefgekühlten, online und das auch immer erfolgreicher. Für mich ist PayPal ein Zahlungsmittel im Onlineshop, auf das ich nicht verzichten kann. Und für mich ist es auch sehr angenehm, dass ich mit PayPal Plus ein Teil vom Onlineshop komplett an kompetenten Partner abgeben kann. Wir haben kein Risiko, müssen uns um nichts kümmern und die Kunden haben verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zum Auswählen und können sogar ohne PayPal-Konto bezahlen. Das war für mich einfach perfekt in dem Moment und deswegen arbeiten wir von Beginn an mit PayPal zusammen. Es wird gut angenommen, über 60 Prozent unserer Bestellungen werden mit PayPal Plus bezahlt. Wenn ich mir anschaue, was wir bisher alles geschafft haben, dann bin ich schon unheimlich stolz auf uns. Es ist einfach unglaublich, wie aus so einer kleinen Idee so viel entstanden ist und wir wirklich ein Team haben und auch noch richtig viel Spaß haben, halt neues Eis zu kreieren. Es ist auch viel Arbeit, es muss immer funktionieren, es muss immer Eis da sein und es ist natürlich cool, in einen eigenen Laden zu kommen und dann sein eigenes Produkt zu essen und es macht viel Spaß. Ich bin Luisa. Ich bin Markus. Und zusammen sind wir Luicellas Ice Cream.